Warte... Warte, nee... Auspacken! Auspacken! Der Flipper! Tü-tü-tü! Ja... Ich bring auch einen Song raus! Der Flipper! So, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hab den Danny wieder mit dabei. Yay! Und ich muss zugeben, der Titel ist ein bisschen clickbait. Wir fanden es aber eigentlich einfach nur lustig. Passend, es war einfach... Es war einfach passend. Im Großen und Ganzen geht es einfach nur um ein... Riesen-Unboxing-Video! So, drei Boxen. Drei Boxen. Drei verschiedene Boxen. Genau, wir haben drei verschiedene Boxen, dazu sagen wir gleich noch was. Wir werden die jetzt als allererstes auf jeden Fall auspacken, euch die Sachen zeigen. Und ich schreibe unten in die Infobox, weil ab einer gewissen Zeit... Das ist nicht nur ein Unboxing, wir wollen auch die einzelnen Kisten, Boxen bewerten. Und einfach unsere persönliche Meinung dazu sagen, welche wir am besten fanden, sind alle ungefähr in derselben Preiskategorie. Und ja, einfach wie die tichtet sind, was für Produkte drin sind, was du eigentlich für deinen Preis bekommst. Und ja, das werde ich auf jeden Fall unten reinschreiben, ab welcher Minute wir da anfangen. Für die Leute, die einfach nur die Bewerbungen sehen wollen. So, wir haben hier zum einen von der Bootbox, die kennt ihr ja schon von bei mir auf dem Kanal. Die hast du ja öfters. Die habe ich öfters, die habe ich abonniert. Dann haben wir noch die Loot-Chest, die ist vom Danny mitgebracht. Ja, die habe ich mitgebracht. Genau. Die ist auch ein bisschen besonders, weil da ist noch... Da ist noch ein Plus-Item drin. Genau. Die hast du normalerweise 20 Euro mit einem Plus-Item plus 5 Euro. Genau. Also 25 Euro. Die sind alle also auf die Bootbox und wir haben noch die Box von Get Digital. Und die sind alle so um die 25, 28 Euro ungefähr. Die ist nur offen, nicht weil wir da auch schon reingeguckt haben, sondern weil wir gedacht haben, da ist noch eine Box in der Box. Genau. Weil normalerweise... Wir dachten so, das wäre so ganz normal. Genau. Und da ist einfach nur noch eine Box drin, wie hier bei der Bootbox. Und deswegen sind die einzelnen Boxen so schon offen, weil wir einfach reingucken wollten. Also wir fangen auf jeden Fall jetzt erst mit der Bootbox an. Wir haben gedacht, wir schaffen uns von klein nach groß. Von der Paketgröße her einfach. Ich muss sagen, ich habe gerade gar keine Ahnung, was für ein Thema das ist. Hat er denn ein Thema? Ja, doch, doch. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ja, die hat das Thema Star Wars. Das ist mir vorhin entfallen, aber wie ich es geöffnet habe, habe ich es gar nicht wieder gesehen. Was richtig geil da ist und ich liebe diese Funko-Popfiguren. Ich auch. Wer liebt sie nicht? Und es ist diesmal Prinzessin Leia. Das finde ich richtig geil. Und ich glaube, das ist auch Wutbox-exklusiv. Also ich weiß es gar nicht. So, dann haben wir... Oh, das ist geil! Das ist wirklich cool. Also das ist anscheinend auch wieder Wutbox-exklusiv. Ich bin kein Star Wars-Fan an alle Hater jetzt. Aber die finde ich wirklich cool. Und es ist so geil. Es ist auch gut, dass die vor Weihnachten ankommt. Es sind Star Wars-Christbaumkugeln. Aber die sind cool. Richtig geil. Die gefallen mir sehr gut. Das hier ist ein BB-8... Nee, Loch. Nein, BB-8. Vorne ist BB-8, hinten ist Erzbolezzo drauf. So ein kleines Notizblöckchen mit Linearen und sowas drin. Wir haben hier noch einen Pin, passend zum ganz tollen T-Shirt. Und das packen wir jetzt mal ganz kurz aus. Oh, das sieht aber schon ziemlich geil aus. Also das Star Wars-T-Shirt finde ich eigentlich auch mein immer ganz cool. So, und das T-Shirt sieht mega geil aus. Mit dem Schwarz, mit dem Rot. Mir gefällt es richtig gut. So, und jetzt will ich auch auf jeden Fall noch einmal die Box einmal rumklappen. Das ist aber schön. Ich mache es ja jetzt auch schon zum dritten Mal. Ich kann es nicht nur auspacken, sondern auch einpacken. Ja, ich kann es auch wieder einpacken. Ja, aber wie gesagt, das ist mehr oder weniger einfach nur so ein bisschen... Ich finde aber cool, dass man die so zusammen... Ja, das muss ich wirklich sagen. Du kannst die dir schöner hinstellen, wenn du vielleicht... Weil es ja dann auch so ein Motto-Ding ist. Gut, kommen wir jetzt auf jeden Fall zur Loot-Chest. Da bin ich selber sehr gespannt. Würde mal ein Monter werden. Nein, das ist so. Weil die habe ich selber noch nicht... Hatte ich dir auch überlegt, zu kaufen. Aber wie du dann gemeint hast, du, ich hoffe die Loot-Chest, ich will mitmachen. Ich bin immer super zufrieden mit der... Ja, was hast du erzählt, ne? Das T-Shirt ist übrigens auch von der Loot-Chest, finde ich auch super super. Und die Box ist auf jeden Fall größer als die... Das muss man wirklich anmerken. So. Als allererstes springt einem natürlich das rote T-Shirt. Das rote T-Shirt, das glaube ich... Ist das auch von Star Wars? Ist das auch von Star Wars? Die sind auch von Star Wars, die haben gar keine Ahnung davon. Also ich... Ja, das ist definitiv auch wieder von Star Wars. Das ist halt eben, der Film ist gerade rausgekommen. Oh ja, der Stoff ist auch sehr gut. Holiday Ornament, was ist das? Also hier haben wir auch wieder was von Star Wars und das sieht wieder aus wie so eine Kugel. Eine Knickrissbaumkugel, ja. Ja, das ist tatsächlich... Aber aus Styropor? Nee, nee. Ach, die glitzert so. Ja, das soll so ein Schneeball sein. Ist aber eigentlich ganz süß. Guck mal, wir könnten einen ganzen Leinheitsbaum da mitten hängen. Ja, das sind wir so. Ah, der ist wirklich cool. Ah, der ist so süß und ich liebe es auch. Ein kleiner Kugelkugel. Der ist wirklich geil. Okay, dann ist hier was von Dr. Ruf. Ein Göffel. Das ist allen Ernstes ein Göffel. Der ist aber bekannt. Den gibt es auch in der Serie. Wie gesagt, ich habe es nie gesehen. Ich habe es auch nie gesehen. Aber ich weiß, dass das da ein bekanntes Merchandise-Artikel von... Aber es sieht eigentlich cool aus, auch hochwertig. Und dann das, warum es auch wahrscheinlich so groß ist. Ja, und es sieht mega aus. Ein Mario-Puzzle. Einfach ein 500-Teile-Puzzle von Super Mario. Das sind zwei Teile, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, doch. Ja, doch. Der ist erst ab zehn Jahren. Also du darfst das nur nicht und behalte das dann mal. Und du hast sogar ein Poster mit dabei. Noch ein Poster? Also du hast das Puzzle, das du zusammen puzzeln kannst. Und hast dazu zusätzlich noch das Poster von dem Puzzle quasi, wo du dir aufhängen kannst. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das ist cool. Oh Quatsch, was ist denn? So, jetzt haben wir noch die größte Box. Da bin ich sehr drauf gespannt. Von vorne sieht man nicht viel. Ja, da sieht man wirklich nicht viel. Ist jetzt... Get Digital. Genau, ist die Box von Get Digital. Das ist quasi die Nachfolger von der Loot Raider. Die Loot Raider hatte ich ja auch die ganze Zeit abonniert. Das sind meine vorherigen Unboxing-Videos. Könnt ihr auf jeden Fall mal unten in der Playlist mal schauen. Und ich bin jetzt selber mal sehr gespannt. Das Problem ist, es gibt halt eben leider keine richtige Box. Das ist die Box. Gut, ja. Ich freue mich auch immer über eine schöne Box. Was ich aber lustig finde, auch wenn alles so reingeklatscht ist, auf den ersten Blick siehst du eigentlich jetzt... Du siehst nicht so wirklich. Das ist alles so verpackt, dass du eigentlich nicht wirklich drauf schließen kannst, was etwas ist. Auf jeden Fall sind hier so lustiger. Oh Gott. So, als allererstes. Ich kann gerade gar nichts zuordnen. Mein erster Gedanke ist Geschenkpapier. Das ist Geschenkpapier. Das ist Geschenkpapier. Hätte ich doch mal vorher gewusst. Ich habe alles schon eingepackt. Energy Cookie. Der ist vegan. Er ist vegan. Das ist ganz wichtig. Erhöhter Koffeingehalt. Deswegen auch Energy. So ein bisschen was von so einem Dinkelkeks. Das finde ich nicht wahnsinnig. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber lecker. Oh, ich habe einen Pin. Ich glaube, der ist so klein, das sieht man nicht. Von dem dreiköpfigen... Sieht man es? Nein, man sieht es nicht. Der dreiköpfige Appa auf jeden Fall. Ich habe mittlerweile so viele Pins. Ich mache mir irgendwann so eine Tasche voller Pins. So, und hier ist noch eine Postkarte. Und es begab sich zu jener Zeit des Jahres, dass alle Söhne und Töchter an die Städten ihrer Geburt zurückkehrten, damit sie die IT-Probleme ihrer Eltern richteten. Was zum Basteln? Was zum Basteln? Breaking Bad. Ah, ja. Heidenberg. Whatever. Also, das ist das Ding. Und so soll es nachher aussehen. So ein Breaking Bad-Verschnitt. Fünft finde ich es nicht. Ich finde es süß, mit diesem Ho-Ho-Ho. So, fangen wir jetzt aber mit den großen Sachen an. Wir haben es jetzt genug an den kleinen Scheiß aufgehangen. Ja, ja. Und das erste, was man hat. Ja, ich nehme eine Schürze. Das ist eine Schürze, die ich vermutet. Ach, natürlich. Star Wars. Natürlich Star Wars. Warum denn auch nicht? Aber ich liebe es. Weil früher waren die T-Shirts schon richtig geil. Man sieht es so richtig, ne? Come to the dark side, we have cookies. Das ist sogar eine Schürze auf der Schürze. Das ist sogar eine Schürze auf der Schürze? Tatsache, der hat sich selber als Schürze auf der Schürze. Schürzetschen. Und das ist... Schlüsselbrett. Oh, das ist ein Schlüsselbrett. Allo Mora. Jeder, der Harry Potter gesehen hat oder es zumindest mal ein bisschen annähernd kennt, kennt diesen Star Wars. Ja, ich hätte das auch mal gewusst. Aber das ist ja mal geil. Das muss ich jetzt einmal ganz kurz auspacken. Und ich will wissen, wie das richtig aussieht. Sieht doch schön aus. Also ja. Kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren. Ist relativ groß. Ich muss aufhören, dass es nicht spiegelt. Und fühlt sich... Ist schwer. Also es ist jetzt kein Plastik-Scheiß irgendwas. Es fühlt sich hochwertig an. Und jetzt kommen wir zu dem T-Shirt. Und wie soll es natürlich anders sein in diesem Monat? Star Wars. Aber das T-Shirt ist geil. Aber das finde ich voll cool. Seht ihr, dass der es wie ein Rentier verkleidet. Das ist voll cool. Das ist der AT-AT. Das war jetzt nicht schön. Get digital Nerd Kalender. Mit allen Ereignissen, Geburtstagen und Feiertage für echte Nerds. Da bin ich so gespannt. Da bin ich auch mal gespannt. Oh, der sieht aber schon cool aus. Der sieht wirklich cool aus. Der Tod von Ula, dem dritten Dracula, wird erwähnt. Geburtstag von Severus Snape. Das ist ja immer cool. Boah, das da... Also ich muss wirklich sagen, schöne Motive. Das ist wirklich cool. Und jeder Monat hat ein eigenes Thema. Also es sind halt wirklich so richtig schöne, verschiedene Motive. Ihr könnt unten in die Infobox reinklicken. Da ist meine Facebook-Seite. Und ich werde an jedem Tag, wo irgendwas steht, werde ich auf meiner Facebook-Seite das posten morgens. Mit einem Bild zu dem jeweiligen Anlass. Zum Beispiel am 2. Juli ist Welt-Ufo-Tag. Wusste ich auch noch nicht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr den selber nicht habt, auf jeden Fall unten reinklicken. Und zu guter Letzt, äh, Retro-Gamer... Oh, die ist noch richtig schwer. Deswegen ist das Paket auch so schwer. Äh, Retro-Gamer-Magazin. Da bin ich selber mal gespannt. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Bewertungsteil. Ähm, wir haben jetzt alle drei Boxen ausgepackt. Ähm, sind ungefähr alle im gleichen Preissegment. Ähm, wir hatten jetzt mal noch gerade in den einzelnen Flyern, äh, stehen ja auch immer die, äh, Werte von den einzelnen Sachen drin. Da muss ich jetzt einfach sagen, ähm, im Punkto das, was du bezahlst und das, was du bekommst, ist auf jeden Fall die, äh, Gip-Gigital-Box. Äh, mit 70 Euro auf jeden Fall auf Platz 1. Die anderen beiden haben jeweils... Für diesen Monat, muss man zu sagen. Genau. Die anderen beiden haben jeweils 60 Euro. Du meintest aber auch schon, dass die Luches mal was für 100 Euro insgesamt wert hatte. Aber wir haben jetzt halt eben diese drei zum Vergleich. Deswegen, also preislich gesehen, ist auf jeden Fall die von Gip-Gigital auch auf jeden Fall am besten. Ja, da war ein paar Euro mehr Frosch, oder? Äh, ein paar Euro mehr, aber es sind gut 10 Euro einfach mehr, wo du an Ware hast. Ähm, dann ganz klar, vom Optischen her ist auf jeden Fall, ich hole das mal ganz kurz hier runter, die Box von Woodbox einfach am besten. Also die Optische, weil... Weil erstens mal hast du überhaupt eine Box drin, du hast ein Paket bekommen mit der Box drin. Die kann man aufheben, die kann man aufheben, damit kann man auch was machen. Die hat einfach ein schönes optisches Design, die anderen, Gip-Gigital ist ja wirklich einfach nur Verpackungskarton. Einfach nur so eine Kiste und ja, die... Lulchess ist halt eben schon eine schöne Box gemacht. Das ist zwar auch eine eigene Box, aber die ist halt eben auch... Vor allen Dingen ist da der... 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 Der Post... Der Postkleber ist auch wonderful. Genau. Die ist von der Machart her schön gemacht, aber halt eben auch einfach eine Versandbox. Dann würde ich auf jeden Fall noch einfach themenmäßig auf die einzelnen Boxen eingehen. Ich meine, man wusste es vorher, dass die Bootbox, die steht auf der Internetseite, das wusste man vorher, dass das eine Star Wars Box ist. Gut, wenn man es vorher wusste, dann ist ja jedem selber überlassen, aber die haben die oder nicht. Ich hatte zwar ein bisschen die Hoffnung, dass noch ein bisschen was anderes drin ist, weil sie ja doch, auch wenn es irgendwas spezifisch ist, war doch immer noch so ein bisschen Randsachen mit reingebracht haben. Aber ihr habt es ja eben gesehen, es ist wirklich einfach nur Star Wars. Star Wars ist halt schon ein Kurs. Was ich jetzt persönlich ein bisschen schade fand, ist eigentlich, diese Star Wars Kugeln steht hinten drauf, Bootbox exklusiv. Und bei dir aus der Luchess, die, ich meine, man braucht nicht lange überlegen, um zu sehen, dass das da dasselbe Design ist, vom selben Hersteller. Es sind zwar unterschiedliche Kugeln, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das da wirklich Bootbox exklusiv an für sich ist. Ja, aber nur diese zwei Kugeln, das finde ich ein bisschen schade. Weil es ist vom selben Macher. Ja. Das sieht man einfach. Als nächstes, was wir bewerten wollen, sind auf jeden Fall die T-Shirts. Es war ja in jeder Box ein T-Shirt mit dabei. Ich muss sagen, ich fand es jetzt von der Qualität her eigentlich alle gut. Ich finde eins sogar ein bisschen besser. Es ist einfach weicher. Aber es ist jetzt kein Schrott. Also es sind wirklich... Nee, alle sind kein Schrott. Wirklich von der Qualität her alle in Ordnung. Und ich muss halt eben sagen, aber das wusste man vorhin schon, dass das mein Lieblings-Shirt ist. Es ist einfach fuck. Ich finde es einfach super süß. Ich sehe dich auch. Wenn die T-Shirt behalten. Ja, ne? Ja, ich sehe dich auch. Das ist so voll... Definitiv. Was ich halt eben wirklich auch super finde. Du kannst an jedem riechen. Es stinkt halt. Es stinkt nicht nach Chemie oder irgendwie muffig oder sowas. Es ist wirklich in Ordnung. So als würde man es im Laden bekommen. Genau. Also jetzt nicht so wie man es bei manchen kennt, wo es einfach so nach Chemie stinkt. Textilähen. So richtig ist eigentlich. Also ich glaube, die meisten Artikel waren auf jeden Fall in der Gagitalbox drin. Es ist aber auch... Sie ist einfach doppelt so schwer und teilweise... Zum Beispiel doppelt so groß wie jetzt die Woodbox, dass da natürlich auch mehr reingeht. Ist klar. Was ich bei allen drei gut finde, dass jetzt nicht so viel Scheiß drin ist. Also es ist jetzt nicht so Zeug, wo man nicht braucht. Klar, Pins brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das sind ja nur Lückenfüller. Das sind eh nur so... Aber irgendwann mache ich mir einen so einen Rucksack mit den ganzen perfekten Pins, die ich bekommen habe. Du hast doch gute Ideen. Richtig gute Ideen. Was mich ein bisschen stört, was meiner Meinung nach, was ich jetzt nicht gebraucht habe, ist halt irgendwie dieses Geschenk. Vor allen Dingen ist es irgendwie so random. So, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu unserem Lieblingsprodukt aus den einzelnen Boxen. Wir haben uns ein bisschen abgesprochen. Fangen wir mit der Woodbox auch an. Ich schmeiße hier alles runter. Also ich denke ganz klar in der Woodbox, es ist zwar nur eine Figur, aber es hat schon Style, Funko Pop Figur und Prinzessin Leia. Immer. Muss man wirklich sagen. Man kann einem Nerd immer Funko Pop Figuren schenken. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Luchas gleich weiter. Da haben wir uns eigentlich auf dieses Puzzle geeinigt, weil es ist Nintendo. Exclusive. Genau. Es ist ein offizielles Nintendo-Protok. Genau. Es ist ein 500-teiliges Puzzle, das war eine wenig. Ja, das ist schon ein bisschen was. Und es ist noch ein Poster dabei. Genau, es ist einfach noch ein Poster von dem ganzen Puzzle mit dabei. Es ist wahrscheinlich dann groß, aber es ist trotzdem mit dabei. Es ist trotzdem mit dabei. Es ist einfach noch ein kleines Extra und ich finde es eigentlich ganz so als Nerd geil. Ich finde es für in der Box, finde ich, es bleibt eigentlich ein seltenes Ideen. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so das Besonderste aus dem Dopp aus. So könnte man das sagen, ja. So, bei der Get Digital Box haben wir uns ein bisschen schwer getan, weil da doch zwei, drei Sachen dabei sind, die richtig geil sind. Wir haben uns auf jeden Fall für den Kalender entschieden. Vergiss da nicht unten bei mir auf die Facebook-Seite zu gehen, weil ich mache das wirklich nächstes Jahr. Ab dem 1.1. fangen wir damit an. Sobald da ist da was los am 1.1. Am 1.1. ist da was los? Neujahr. Neujahr. Wer hätte es gedacht? Aber, aber am 2. und ich spoilere das jetzt nicht, ob es ja auf meine Facebook-Seite ging. Ja, wir haben es jetzt einfach ausgesucht, weil es eigentlich von der ganzen Machart her... Die Idee ist am besten. Ja, die Idee ist einfach super. Es ist einfach wirklich was Cooles, wo man jeden Tag gucken kann. Es ist was Nützliches und gleichzeitig was Nerdiges und die Bilder sind geil und das steckt einfach super viel. Oh, guck mal, das war doch ein Space Invaders. Da ist einfach so viel, so viele Ideen, so viele Themen, Themen. Das ist Wahnsinn. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch auf die einzelnen Boxen ein. Einfach nur ein paar Sätze dazu. Also als allererstes auf jeden Fall die Woodbox. Klar, man wusste im Internet, dass es Star Wars ist. Ich hätte mir nur noch das eine oder andere, nicht Star Wars ähnliches gewünscht. Aber man wusste es einfach schon im Internet. Ich habe jetzt schon öfters zu der Woodbox gesagt, ich finde es große Klasse. Ist nicht viel drin, aber hat eben auch nicht viel unnötiger Scheiß. Also ich muss wirklich sagen, dass das Einzige, was ich als Scheißdreck ansehe, ist eigentlich dieses Notizheft. Das liegt auch einfach daran, dass ich solche Notizhefte nicht benutze. Dass ich damit nichts anfangen kann, die Dinge ja lieben können. Das ist doch eigentlich schon das Cover. Genau. Sonst ist da eigentlich nichts Interessantes dran. Ansonsten fand ich die Box eigentlich in Ordnung. Und 60 Euro Warenwert für 30 Euro circa, wo man dafür ausgibt, ist in Ordnung. Was ich zu Loot Chests sagen muss, ist, dass die immer verschiedene Sachen drin haben. Egal, immer. Also die ist jetzt nicht unbedingt themenspezifisch. Ne, die ist immer total zufriedig. Und da haben wir was von Super Mario, von South Park, was ja gar nichts miteinander zu tun hat. Star Wars einmal, Daniel von Doctor Who und dann wieder Star Wars. Da muss man aber auch sagen, korrigiere mich da, da ist jetzt aber kein kleiner Scheißdreck drin, wie ich es immer so schön nenne. Das sind wirklich von Sachen, das ist jetzt nicht unbedingt themenspezifisch. Eine Kussbaumkugel. Ja, aber alles irgendwo Sachen, die man, sagen wir mal so, verwenden kann. Merchandisekugel. Genau. Also so richtige Produkte, wo man sagen kann, die haben ihren Wert. Einen Göffel kann man benutzen. Einen Göffel kann man benutzen. Aber es ist halt eben nicht, wie jetzt zum Beispiel so ein Notizblock oder so ein Pin. Kann man auch benutzen. Aber du weißt, wie ich das meine, das ist halt eben nicht so ein Kleinscheiß, der irgendwie in der Ecke liegt. Es sind wirklich Sachen, wenn du Fan davon bist, kannst du das auch richtig nutzen. Genau. Kommen wir jetzt zur Get Digital Box. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die Boot Box toll finde und von der Lucha's eigentlich auch sehr begeistert bin, weil einfach vollwertige Artikel mit dabei sind, bin ich einfach jetzt, dieses Mal, total begeistert von der Get Digital Box. Aber nur wegen dem, ähm... Nein, so im Gesamten einfach. Du hast, ähm... Achso, da ist dein Lieblingsshirt drin, klar. Also da ist mein Lieblingsshirt drin. So iska. Das finde ich einfach cool. Und es hat denselben Warenwert, es ist aber einfach so viel Zeug drin. Es sind insgesamt Waren mit 70 Euro insgesamt. Und... Für diesen Monat. Für diesen Monat. Muss man immer dazu sagen. Das muss man dazu sagen, genau. Das ist nicht immer garantiert. Aber ich... Das wechselt immer je nach Produkte, je nach Monat. Ich peier halt eben dieses T-Shirt. Man muss kein riesen Star Wars Fan sein, erstens, um das zu mögen. Das muss man einfach dazu sagen. Die anderen beiden sind sehr Star Wars bezogen. Deins erkennt man zum Beispiel nur als Star Wars Fan. Und das aus der Boot Box mit dem, äh... Wie heißt der? T-Fight? T-Fighter. 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 Für alle Harry Potter Fans ist dieses Schlüsselbrett auch einfach geil. Und es gibt auch Menschen, die haben sehr viele Schlüssele. Und ja, also ganz ehrlich, das Geschenkpapier fand ich einfach ein bisschen unnötig. Ich glaube, das hat aber preislich nichts an Wagenfeld ausgemacht. Ich glaube, das war für umsonst Geschenk, das war aber ein Ding. Wahrscheinlich einfach nur bei Weihnachten. Das kriegt man dann noch dieses Geschenkpapier dabei. Das fand ich ein bisschen blöd. Das war so ein hochwertiges Heft. Das ist halt eben auch geil. Aber man muss auch Retro-Games mögen. Sonst ist dieses Magazin eigentlich unnützig. Aber es ist einfach ein dickes Magazin. Ich glaube, 13 Euro kostet es. Und es steht einfach super viel Schlüssel. Es ist aber auch extrem dick. Also das Heft ist dort... Ist schon viel, ist schon groß. Es wird gerechtfertigt, der Preis. Deswegen muss ich halt eben auch einfach sagen, dass die Get Gidgette Box zumindest mal für diesen Monat wirklich mein Trailer ist. Also die Box würde ich mir nochmal bestellen, ganz ehrlich. Eher noch als die Loot Box. Wobei ich sagen muss, die Loot Chest kommt für mich auf den zweiten Platz. Ich mag meine Loot Chest. Ich finde die auch. Ich finde die wirklich super. Das ist jetzt... In der Get Gidgette Box ist halt eben mega viel geiler Scheiß drin, den ich total feier. Ich habe die Loot Chest jetzt schon seit einem Jahr. Und ich war in dem einen Jahr, also in den 12 Monaten, war ich nur einmal enttäuscht. Wo ich sagen könnte, dass da war nix. Aber das war okay, weil es davor schon Male immer super war. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, ich hatte ja vorher die Loot Raider Box ganz viel und die wurde ja von Get Gidgette übernommen. Ein Jahr lang. Und das ist jetzt die erste Box, die ich jetzt geholt habe. Und ich finde, sie haben es eigentlich gut gemacht. Es gibt jetzt so jeder Box irgendeine Internetseite. Ich werde euch das auf jeden Fall alles unten verlinken. Ich verlinke euch auch gerne meine Facebook-Seite und mein Instagram-Profil, damit ihr da draufklicken könnt. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Mega-Unboxing-Video. Drei Boxen plus Bewertung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, damit ich sehe, dass ihr sowas auch toll findet, damit wir sowas öfters machen können. Ich bedanke mich beim Danny, der lieb mitgemacht hat, die Box für uns mit ausgepackt hat. Und ja. Falls die Leute das feiern, komme ich nächstes Mal von mir aus gerne wieder. Ja, wenn ihr das feiert, dass Danny dabei ist, dass er so vielleicht auch öfters mal so zwischendrin ab und ab machen. Jetzt bekomme ich auch eine Box. Just saying. Just saying. Schauen wir mal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Ansonsten abonnieren, kommentieren und... Teil nach Google Plus! Yeah! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem Weihnachtsvideo. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sollst du uns nicht mehr sehen. Frohe Weihnachten! Bis dann! Tschüss!